Das Meridian Ki Wecken Wir nehmen leichte Spannung in die Finger, bewegen die Arme ganz locker in den Schultern, heben den Körper beim Einatmen und senken ihn beim Ausatmen wieder ab. Dabei lösen sich die Fersen vom Boden, verlagern das Gewicht auf den Fussballen, einatmen und ausatmen. Als Variation können wir den Körper abwechselnd nach links und nach rechts verschrauben. Dabei bleiben die Fersen am Boden. Zum Abschluss nochmals heben und senken. Wie bei jeder Übung ganz zu Beginn Handflächen übereinander, auf den Unterbauch, zu den Handflächen atmen, Augen schließen, nachspüren. Ja, Kult. Jeder Tag ein guter Tag.